Glück auf Schalker und herzlich willkommen hier auf Körpermus und Dosenbib zu den S04 News und heute sprechen wir mal über Omar Mascarell. Auf Schalke ist aktuell einiges los, was neue Spiele angeht, was aber natürlich auch Abgänge angeht. Sebastian Rudi ist schon weg, Marc Uth ist schon weg, Suat Serdar ist schon weg. Also wir sehen, es geht voran, trotzdem weitere Abgänge sollen noch folgen. Mal an uns ein bisschen rausgehört, dass zum Beispiel aber auch Spieler wie Salih Sané oder auch Benito Rahman bleiben könnten, wenn es keine passenden Angebote gibt. Bei Omar Mascarell wartet man aber weiter auf Angebote. Also der ehemalige Kapitän, hier haben wir noch auf dem Bild mit der Binde, hat Jan Kulazinac verloren, möchte gehen und auch Schalke möchte ihm wohl auch ganz gerne abgeben. Es gab aber nochmal im Frühjahr Gerücht, dass er wohl doch bleiben könnte, auch in Liga 2. Die haben sich aber nicht bestätigt, denn auch Omar Mascarell sucht eine neue Herausforderung. Der Spanier sagt ja auch schon mal, dass er ganz gerne nach Spanien zurückkehren würde, denn obwohl er im Spanien ist, hat er bislang nur eine Saison in Spanien verbracht und es gibt eben auch Interesse von dort. Villarreal wurde jetzt zuletzt häufig mal genannt, aktuell scheint es aber wohl eher der Fall zu sein, dass die kein Interesse mehr haben, bedingt dadurch, dass ihre Prioritäten einfach woanders liegen, sprich andere Positionen im Vordergrund stehen, bleiben der FC Valencia, sowie wohl auch aus England Interesse von Wolverhampton und auch Bežiktas aus der Türkei wurde schon genannt. Also bei Mascarell ist die Lage aktuell relativ stabil, sagen wir es mal so. Beim Training war er nicht, er hat eine Mittelohrentzündung gehabt, beim Trainingsauftakt, aber es gibt auch nicht zwingende Angebote, also es gibt lose Anfragen oder zumindest loses Interesse eben aus Spanien, der Türkei und auch aus England, aber bislang ist noch nicht mehr da. Ich hoffe, das wird passieren, nach seiner Position sind wir auch schon gut aufgestellt. Wir haben uns mit Palzen als Sechser verstärkt, mit Latze als Achter, mit Florian Flick wurde verlängert, also ich finde, da sind wir schon wirklich gut aufgestellt. Ein Omar Mascarell soll abgegeben werden und ich hoffe, das wird auch zeitnah noch passieren. Was die Ablösung angeht, wird man auch eine Miese machen, das ist auch klar. Er hat ja vor gut drei Jahren 10 Millionen Euro gekostet, damals von Frankfurt über Real, dann wieder in der Bundesliga bei uns gelandet und hat jetzt auch nur noch eine Marke von 4,5 Millionen, aber selbst wenn man ihn verkauft, wird man nicht mehr wirklich viel Geld mit ihm einnehmen. Also wenn man vielleicht noch eine Million bekommt, ist das schon relativ gut. Ich glaube nicht, dass man da noch so viel Kohle sehen wird, aber er verdient dann auch unmaßend viel Kohle. Und zudem, wie gesagt, sind wir halt auf der Position des Sechsers, das Achter ist auch wirklich mittlerweile wieder ganz gut aufgestellt. Ich bin sehr gespannt, aktuell bin ich wirklich zufrieden mit der Arbeit von Peter Knebel, wie auch von Ruven Schröder. Drei Abgänge haben wir jetzt schon von Leuten, die eh nicht eingeplant sind. Fehlen natürlich noch Leute wie Mascarell, wie Nastasic, Osankarbak, Rabi Matone, die allesamt gehen sollen. Mal gucken, wie es da weitergeht und deswegen natürlich die weitere Frage, wohin geht Mascarell? Ich denke mal, eine Spanienrückkehr ist realistisch, aber je nach Angeboten vielleicht auch was ganz anderes. Eure Meinung? Interessiert mich? Was denkt ihr? Wohin geht Mascarell oder würdet ihr ihn vielleicht doch lieber behalten wollen? Schreibt es gerne in die Kommentare. In dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker! Das war's, das war's, das war's, das war's.